Die FPÖ soll wegen nicht deklarierter Parteispenden 41.250 Euro Geldbuße bezahlen. Das hat der unabhängige Parteientransparenz-Senat im Kanzleramt entschieden. Stein des Anstoßes sind Wahlkampfinserate der Europafraktion ENF und des Salzburger Gemeinderatsclubs, die von der Partei nicht als Sachspenden gemeldet worden sind. Erspart bleibt der FPÖ eine neuerliche Verurteilung wegen der beiden Buchhalterinnen der Partei, die Großteils vom FPÖ-Bildungsinstitut bezahlt werden. Dass die Blaue Parteiakademie den Großteil der Gehälter der beiden Buchhalterinnen bezahlt, ist schon länger bekannt. Weil es sich dabei aus Sicht des Rechnungshofes um unzulässige Sachspenden des FPÖ-Bildungsinstitutes, FBI, an die Mutterpartei handelt, setzt es für die Jahre 2017 und 2018 bereits zwei Geldbußen von insgesamt 190.000 Euro. Für das Jahr 2019 fand der UPTS die Kostenteilung aber in Ordnung. Dass das FPÖ-Bildungsinstitut zwei Drittel der Personalkosten stemmt, ist demnach wegen des dort höheren Arbeitsaufwands zulässig. Mutmaßlich nicht in Ordnung ist dagegen der Umgang mit Wahlkampfinseraten der Europafraktion ENF sowie des Salzburger Gemeinderatsclubs im Jahr 2019. Erstere inseriert im EU-Wahlkampf viermal für den FPÖ-Spitzenkandidaten Harald Wilimsky in der Tageszeitung heute. Zweiterer schaltet im Gemeinderatswahlkampf sieben Inserate in den Salzburger Nachrichten. Aus Sicht von Rechnungshof und Senat hätten die Inserate als Sachspenden gemeldet werden müssen. Weil die FPÖ diese Meldung unterlassen hat, sollen sie für die beiden Inseratenpakete nun Geldbußen von 15.000 Euro bzw. 26.250 bezahlen. Ob die Partei bezahlt oder Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhebt, wird nach Angaben eines Sprechers nun geprüft.